Herzlich willkommen zu Episode Nr. 4 inzwischen von H5P-Inhaltstypen unter der Lupe. Es geht um H5P, wie der Name der Reihe sagt. Wer H5P nicht kennt, der geht einfach auf h5p.org und guckt sich an, was es da so gibt. Oder auf, jetzt muss ich kurz nachdenken, es gibt so viele Websites, edunauten.de slash Webinare. Da findet man auch eine kurze Einführung. Denn heute gibt es keine Einführung in das Thema. Heute gucken wir speziell auf einen sogenannten Inhaltstyp, der heißt Course Presentation. Ja, kann man sich fast, der Name sagt fast, was es ist. Es geht um Präsentation in Richtung PowerPoint. Und damit das nicht so abstrakt wird, gucken wir uns einfach direkt an. Erstmal, was man dort machen kann und dann, wie man es erstellt. Also, das ist mein Bildschirm. Das ist ein Beispiel, das ich mal gebaut habe. Wer schon dabei war in den anderen Episoden, es geht immer so ein bisschen um unregelmäßige englische Verben. Und ich habe mal so eine Präsentation gemacht, wie man sie wahrscheinlich nicht im Unterricht findet. Aber damit ihr euch wie zu Hause fühlt, wenn ihr euch die anderen Folgen anschaut, ist das so. So, was sehen wir da? Es sieht so ein bisschen schon aus wie PowerPoint. Also, man hat so eine große Fläche mit Sachen drauf. Links hat man was Besonderes. Da kann man offensichtlich navigieren. Da gucken wir uns an, wie man das machen kann. Aber im Wesentlichen funktioniert das auch genauso wie PowerPoint. Vielleicht würde man PowerPoint auch vom Vollbildmodus anschauen. Einmal so. Und genau wie bei PowerPoint könnte man jetzt mit den Pfeiltasten springen oder auch hier unten mit der Navigation. Und das mache ich einfach mal. Ich klebe mal hier weiter. Und wie bei PowerPoint auch, geht einfach dann ein Stück weiter. Da ist ein bisschen Text. Jetzt sehen wir unten rechts noch ein bisschen mehr. Da ist so ein kleines I. Da kann man draufklicken. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht gibt es noch ein paar mehr unregelmäßige Verben. Gebe ich nochmal ein paar Beispiele. Kann man auch wieder zumachen. Und dann gibt es dann noch so einen anderen Knopf. Da ist so eine Kette drauf. Wenn man da draufklickt, gibt es nochmal einen Link offensichtlich auf den Wikipedia-Eintrag zu unregelmäßigen Verben. Das ist letztlich auch die Quelle, wo ich die Definition mal kurz nachgeschlagen habe, weil ich natürlich nicht aus dem Sprachenlernen komme. Ich hoffe, ich habe sie verändert. Ich hoffe, sie stimmt noch so ungefähr. Also das kann man damit machen. Wenn wir jetzt weiterspringen würden, hier sieht man schon, okay, hier ist so ein Kreis. Man sagt auch schon Lückentext. Jetzt kommt uns etwas, was mit PowerPoint definitiv nicht mehr geht. Also nächste Folie. Und ihr seht, den Lückentext, den wir aus Episode 1 hatten, den kann man offensichtlich auch in so eine Präsentation einbauen. Oder ich könnte jetzt genauso, wie man das einzeln machen kann, könnte ich jetzt hier, was haben wir denn? Ich habe eaten. Machen wir mal eins richtig und mal eins falsch. Irgendwie sowas. Und ich gucke mir das an und bekomme ein Ergebnis. Also genau, wie man es sonst von Aufgaben kennt. Hier letztlich das Gleiche nochmal mit dem Altbekannten aus Episode Nummer 3. Da haben wir den eingeführt, so eine wahr-falsch-Frage. Das heißt, ich habe hier ein Beispiel gegeben mit dem Taucher. Und jetzt muss ich sagen, ist das richtig oder ist das falsch? Sagen wir mal, es ist falsch, weil wir das ja schon wissen. Ich bin vielleicht ja nicht zum ersten Mal dabei. Und dann am Ende gibt es noch was. So ein kleines Ding, da steht Zusammenfassung drauf. Und wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir auch nachträglich nochmal die einzelnen Aufgaben, die da drin waren. Auf Schraubild 3 eben den Lückentext, wie viele Punkte ich da erreicht habe. und Schraubild 4. Die war Falschaufgabe, die wir gerade gesehen haben. Bekomme eine Gesamtpunktzahl. Und ich kann das Ganze jetzt nochmal von vorne starten, weil mir das hier erlaubt ist. Oder ich kann mir auch die Lösung einfach mal anschauen. Was habe ich denn zum Beispiel bei dem Lückentext falsch gemacht? Und springt auch direkt dahin. Okay, Lückentext. Ah, das ist natürlich kompletter Quatsch. Das war kompletter Quatsch. Also man sieht das. Das sieht man dann auch hier schon. Hier über dem Feld, wo die 3 ist, ist halt so ein X. Da war also was falsch. Und hier sieht man auch gleich grün. Das war richtig. Was man jetzt noch sieht, so eine kleine Besonderheit. Hier unten bei den Lösungen. Offensichtlich gibt es dann noch was Neues. Da steht jetzt Kommentare anzeigen. Das kann man nämlich machen. Bei den Lösungen kann man noch mal extra Hinweise irgendwie so angeben. Wenn man das möchte, keine Angst. Irgendwann bekommt man ein Gefühl für sowas von riesigen Werben. So, also das ist jetzt relativ klassisch PowerPoint, sagen wir mal so, mit Aufgaben drin. Es gibt noch einen zweiten Modus. Und da habe ich dann kein Beispiel für gemacht, sondern da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Ist auch ein bisschen aufwendiger, wenn man sowas macht. Das habe ich nicht neu erstellt. Das findet man auf der Seite h5p.org, wo ich ja, die ich ja schon genannt habe. Da oben gibt es einen Punkt, der heißt Examples and Downloads. Und da gibt es eben für alle Sachen, die man hier machen kann, so ein kleines Beispielsammlung. Und hier haben wir schon das Course Presentation. Wenn wir da drauf gehen, bekommen wir Beispiele. Erstmal ein Ehrenbeispiel. Das ist aber im Prinzip das Gleiche, was ich euch gezeigt habe. Und dann gibt es danach ein zweites Beispiel. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Ihr seht schon, da unten ist die Leiste weg. Also ich kann hier nicht hin und her springen. Das nennt sich, ja, so, man würde sagen, Keyask-Modus. Und, ja, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass mir jemand da eine Navigation reingesetzt hat. Das heißt, hoffentlich gibt es jetzt hier so einen Knopf. Okay, steht auch auf. Go to slide three. Und wenn ich da draufklicke, dann bin ich offensichtlich gesprungen in der Präsentation. Ich bin jetzt auch schon mit drei, obwohl ich das nicht sehe. Muss jetzt diese Fragen beantworten. Und, hm, sagen wir mal, Norwegen. Nee, falsch. Also wenn ich jetzt auf Fragen reich gehe, ihr seht, man kann ja die ganzen Sachen immer anklicken. Dann springt der im Prinzip von Folie zu Folie. Und hier ist jetzt kein Knopf mehr da, aber ich müsste jetzt eben Frankreich finden. Wenn ich hier Frankreich hätte, dann geht das auch. So geht das weiter. Also offensichtlich gibt es nicht nur diesen normalen Modus, sondern es gibt auch einen Modus, da kann man so viel einen Pfad festlegen. Und ja, dann auch steuern, wo die Leute landen. Der ist ein bisschen aufwendiger. Das werden wir in 20 Minuten nicht schaffen. Ich zeige euch ganz kurz nachher, wie das geht. Aber was ich euch zeigen werde, ist eben, wie man dieses hier stellt. Wir bauen das einfach mal genau wie in einer Episoden. Bauen wir das jetzt hier nach. So, dafür, ich gucke, ob das klappt. Erstmal, das klappt natürlich nicht. Falsche Taste. Erstmal laden wir das neu, damit wir wie am Anfang sind. Dann springen wir hier einmal rüber. Und jetzt muss ich hier alles ein bisschen größer machen. Einfach eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bei der rechten Seite auch. Die rechte Seite ist jetzt einstieg.h5p.de. Das ist eine Seite von Nele Hirsch. Wenn ihr die nicht kennt, die ist hervorragend, um einfach mal Sachen auszuprobieren bei H5P. Da gibt es nämlich diesen großen blauen Knopf, der heißt Testinhalt erstellen. Und wenn man da draufklickt, dann geht es im Prinzip schon los. Man hat jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, was möchte ich denn für einen Inhalt erstellen? Und wir möchten einer Kurspräsentation und dankenswerterweise ist die auch schon da. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bekomme ich den Editor für die Kurspräsentation. Ich mache jetzt, um euch was zeigen zu können, noch eine kleine andere Sache. Ich logge mich hier einmal ein. Das ist nicht wichtig, um das erstellen zu können, aber ich sage euch dann an der entsprechenden Stelle, warum ich das brauche. Und jetzt hoffe ich, dass ich mein Passwort weiß. Natürlich nicht. Hm. Nur mal langsam. Man muss ein Passwort ja immer nur dreimal eingeben, dann funktioniert das. So. Also hier im Prinzip brauche ich jetzt genau das Gleiche. Ich klicke jetzt nicht auf diesen blauen Knopf. Für euch ist der blaue Knopf Testinhalt anlegen. Für mich wäre das jetzt, oh, jetzt muss ich gucken, Inhalt hinzufügen. H5P-Inhalt da oben. Aber jetzt sieht das gleich genauso aus wie das, was ihr hier gesehen habt. Nämlich mit diesem hier. Also das seht ihr jetzt auch für euch. Und da können wir dann direkt weitermachen. Also hier ist jetzt Course Presentation nicht mehr oben, weil er das immer sortiert nach den Vorlieben. Und da haben wir es aber, da klicke ich jetzt also drauf. Und so, was sehen wir denn jetzt hier erstmal? Also wir sehen jetzt hier im Prinzip, wie man das kennt von H5P. Das Gleiche gibt es immer so ein formularartiges Prinzip. Man geht von oben nach unten durch. Und wir müssen jetzt hier einen Titel eingeben. Dann nehmen wir einfach genau das Gleiche, was hier rechts steht. Interaktive Präsentationen, unregelmäßige Verben. So. Was man dann auch immer macht bei H5P-Inhalten, ist die Metadaten mit angeben. Das mache ich jetzt exemplarisch für das ganze Ding mal. Man kann das aber auch für Bilder machen, die eingebettet werden und für Videos und für Texte und auch für Untereinhalte. Aber das machen wir jetzt einfach nicht jedes Mal. Ich zeige das exemplarisch einfach hier. Das ist so ein Knopf, da heißt Metadaten. Und da hat er jetzt schon das hier rüber kopiert, was ich da eben eingetragen habe. Und jetzt müsste ich natürlich wissen, ja, okay, aber unter welcher Lizenz steht denn der andere Inhalt oder was soll der denn stehen? Und da gibt es bei H5P hier unten immer so einen Knopf, der heißt Rights of Use. Und da zeigt er einfach alle Metadaten an, die mal eingegeben wurden. Ihr seht, da ist ein bisschen mehr drin, ist alles brav angegeben. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie das für das Erste geht. Also, man braucht immer eine Lizenz und offensichtlich habe ich da die CC0-Lizenz gewählt. Das heißt, ich klicke da einmal drauf und sage CC0. Jahreszahlen und so ein Krams habe ich nicht angegeben, auch keine Quelle. Die könnte man hier eintragen, einfach so einen Link. Aber offensichtlich habe ich meinen vollen Namen als Autor angegeben. Habe ich auch gemacht. Man kann hier noch so Lizenz-Extras eingehen, wenn man irgendeine Besonderheit hat, die einfach einem fehlt oder der wichtig ist, dann trägt man die da rein. Man kann die Änderungen mit festhalten, dem sogenannten Change-Log, das trägt man einfach ein. Ich habe noch nachträglich das geändert. Einfach alles, was man so braucht für die Lizenzen. Und dann haben wir die Metadaten drin. Das ist schon mal gut. Also, machen wir das zu. Dann, wenn ihr aufgepasst habt, vorne war der Hintergrund sehr kontrastreich, sehr farbig. Hier ist er ein bisschen blasser. Aber auf den anderen Folien war es ja immer so dieser blasse Hintergrund. Also kann man sagen, das wäre ja schön, wenn das so der Standard-Hintergrund wird für die Präsentation. Und das macht man einfach hier unten. Fangen wir mit den Knöpfen her an. Also, ihr seht schon, man kann hier neue Folien hinzufügen. Man kann auch Folien einfach kopieren, duplizieren. Und der nächste Punkt ist eben der Folien-Hintergrund. Und dann gehe ich da drauf und jetzt muss ich mir überlegen, soll das nur für diese Folie gelten oder soll das für alle Folien gelten? Und ich will ja so ein Master erstellen. Also lasse ich das. Ich möchte gerne einen Wilder-Hintergrund. Das ist auch super. Ich könnte sonst einfach noch eine Farbe einwählen, wenn ich nur Grün haben möchte oder Rot oder sowas. Und dann gehe ich einfach weiter. Hier ist nur der Hinweis, welches Format das Bild am besten haben sollte. Und dann füge ich das hinzu. Und da gehe ich zu meinen Bildern. Da habe ich ein bisschen aufgeräumt. Und da haben wir hier die Elevation von dem Bild. Meter hoch. So, und hier unten gibt es dann den Knopf, der ist die Urheberrecht bearbeiten. Da könnte ich dann die ganzen Metadaten wieder angeben. Das spare ich mir jetzt einfach, damit es dann ein bisschen zügiger geht. Aber wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr die Inhalte teilen wollt, solltet das natürlich alles rein. So, also haben wir hier schon so einen allgemeinen Hintergrund. Wir können einfach mal gucken, wie das aussieht. Wir legen mal einfach eine neue Folie an. Wir brauchen ja noch welche. Zwei. Offensichtlich habe ich jetzt überall diesen hellen Hintergrund. Prima. So, hier brauchen wir den ja nicht. Hier möchten wir gerne, dass das dieses farbige Bild ist. Das heißt, wir gehen einfach nochmal in den Folie-Hintergrund und gehen jetzt nicht in den Folie-Master, sondern sagen, nur für diese Folie möchten wir noch was anderes haben. Und dann packen wir da einfach noch ein Bild dazu. Und in dem Fall nehmen wir die andere Flagge. So, dann haben wir die da. Wenn wir jetzt wieder springen, seht ihr, aha, perfekt, so wie wir es haben wollen. So, dann brauchen wir erstmal noch zwei Sachen. Und zwar haben wir hier diese Fläche da hinten, die ist irgendwie so dunkel und transparent und da drüber haben wir einen Text oder da drin ist ein Text. Das kann man ganz schön mit H5P hier mitmachen. Man klickt hier drauf, das ist in Shapes heißt, das sind eben verschiedene Flächen und wir wollen ja sowas, ja, was rechteckiges. Dann nehmen wir den und jetzt muss man letztlich nur sagen, okay, welche Füllfarbe soll das haben und dann regeln wir das einfach auf schwarz runter. Dann ist das ja so ein bisschen transparent. Das regelt man einfach hier. Das heißt, man zieht das vielleicht so auf, machen wir 75, dürfte ungefähr hinkommen. Und jetzt könnten wir hier noch andere Sachen einstellen, eine Rahmenfarbe, eine Rahmenbreite, ob der Rahmen durchgezogen sein soll, ob Ecken noch abgerundet sein sollen. Also alles, was man so typischerweise kennt. Und jetzt sagen wir fertig. Jetzt passt das natürlich nicht. Das heißt, wir ziehen uns das mal ein bisschen in die Länge und so, wie wir es brauchen. Machen wir es mal nach Gefühl. Ungefähr so. Das sieht doch halbwegs gut aus. Und so, jetzt brauchen wir den Text. Leider ist das, muss man sagen, der Editor ist nicht so komfortabel wie PowerPoint oder Impress oder andere Sachen. Ich kann jetzt leider nicht einfach da einen Text reinfügen, aber ich kann jetzt natürlich einfach auch noch ein Textfeld nehmen. Das habe ich hier. Und dann tragen wir mal unregelmäßige englische Verben ein. Englische Verben. Man muss schreiben können. So, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, das noch so ein bisschen zu stylen. Auch nicht. Man kann jetzt hier keine extra Schriftart anwählen. Die ist halt festgesetzt, aber so Überschriften von der Größe her passt schon mal. Und ja, so was, was das ist, Button-Anzeigen zeige ich euch gleich noch. So, also wir haben die unregelmäßigen englischen Verben. Jetzt können wir die zurechtziehen und wir können die auch an die richtige Stelle setzen. So, jetzt ist natürlich noch der Text schwarz, das heißt, wir gehen nochmal rein. Das ist leider nicht ganz so komfortabel, wie gesagt, aber man kann alles damit machen, was man so braucht. Ich habe den jetzt weiß gemacht, den Text. Und jetzt haben wir das auch erledigt. So, jetzt können wir das noch ein bisschen zurechtschieben. Aber unsere Startseite haben wir schon mal bis auf den Balken da links mit den Seiten, das machen wir gleich. So, zweite Seite, die ist auch nicht kompliziert. So, denn was brauchen wir da? Offensichtlich ist das ja erstmal nur Text. Das heißt, wir können nochmal einfach auf dieses Text-Symbol klicken und da wollen wir uns jetzt Arbeit sparen können. Ist ja alles schon mal geschrieben worden. Warum soll man das nochmal schreiben? Kopiere ich mir jetzt einfach raus und kopiere das hier rein und wups, falsche Maustaste und habe das schon erledigt. So, jetzt habe ich mein Textfeld, klicke wieder auf Fertig und jetzt ziehe ich mir das wieder zurecht, so wie ich es haben möchte, also ungefähr. So, so und einmal runter. Sieht doch schon fast so aus wie links. So, dann brauchen wir noch diese anderen zwei Knöpfe. Hier, da gibt es ja einmal dieses Info, was ja auch nur Text war und diesen Link. So, und passenderweise, also beim Info passt es nicht. Letztlich ist es ja nur wieder Text, dieses Jahr, was ich meinte, also dieses Infofeld. Das brauchen wir und dazu geht man einfach nochmal auf Text und kopiert sich das wieder raus, damit es schneller geht und dann kopiert man das rein. So, und jetzt brauchen wir diese Option, die ihr vielleicht unten schon gesehen habt. Das war eben als Button anzeigen. Wenn ich nämlich die anbähle, das kann man ja fast bei jedem Inhalt machen, den ihr einfügt, dann ist der nicht sofort sichtbar, sondern er versteckt sich dann hinter so einem kleinen Knopf, der sieht jedes Mal ein bisschen anders aus. Also hier ist das halt ein I, weil es ein Infotext ist. Bei den Links funktioniert das ganz genauso. Das zeige ich euch auch. Da wird dann halt diese Kette draus. Also wir brauchen erstmal den Link hier, den kopiere ich mir da mal raus. Das ist die Linkadresse und dann baue ich mir das Ganze einfach nach. Also da einfach die Linkadresse reinfügen. Dann nochmal, das kann ich auch rauskopieren. So, einmal und zweimal. Dann haben wir das, sagen die auch wieder als Button anzeigen. Gibt es in zwei Größen, groß und klein. Kann man auch mit rumspielen, aber da hat man den auch. So, das heißt, das haben wir schon. Im Prinzip sind wir jetzt schon fast fertig, weil jetzt nicht mehr so viel kommt. Und das ist zwar jetzt ein bisschen mehr, was hier drin ist, aber jetzt brauche ich genau den Trick, den ich gemacht habe. Ich bin hier eingeloggt und wenn ich hier eingeloggt bin, dann kann ich etwas tun. Dafür erstmal fügen wir noch eine Folie hinzu. So, die müssen wir jetzt füllen, die wollen wir haben. Und da soll jetzt dieser Lückentext rein. Und natürlich könnte ich den jetzt hier anlegen. Wir können ja einfach mal drüber fahren. Ich könnte nämlich auch nicht nur Text und Links einfügen, ich kann ja auch Bilder einfach einfügen. Die Formen haben wir gerade schon gesehen. Ich könnte auch ein Video einfügen. Das zeige ich euch gleich noch. Gehe zur Folie. Man kann Tondateien mit einbinden. Das habt ihr auf der Einpräsentation zu Frankreich schon gesehen. Hier wären auch Lückentexte. Hier gibt es Single-Choice-Sets. Hier kann man noch durch ganz viele Interaktionen, die man jetzt hier noch so einfügen kann. Das geht sogar hier noch weiter. Da kommen noch, was haben wir hier, Drag-Text und so ein paar andere Geschichten. Die findet man da. Und wir könnten jetzt natürlich auch hier den Lückentext anlegen, aber dann brauche ich sehr lange, um euch das alles zu zeigen. Also da es den ja aus früheren Episoden gibt, kann ich jetzt hier einen Trick machen. Ich springe mal nochmal auf einstiegh5p.de. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber ich hatte ja hier meine Inhalte. Die sehe ich dann, wenn ich hier eingeloggt bin. Und ihr seht schon, dort ist auch der Lückentext. Lückentext, unregelmäßige Verben. Und wenn ich mir den ansehe, dann bekomme ich, wenn ich hier unten auf diesen Reuse-Knopf drücke, nicht nur die Möglichkeit, den runterzuladen, sondern wenn ich eingeloggt bin, kann ich mir den auch herauskopieren. Steht ja auch Countdown is copied to the board. Das heißt, dann habe ich jetzt eine Zwischenablage und ich kann jetzt in mein anderes Fenster gehen auf derselben Plattform und kann jetzt entweder STRG-V drücken oder hier auf diesen Einfügen-Knopf. Und wenn ich das mache, kopiert ihr mir einfach den Lückentext, den ich schon habe, da rein. Und das heißt, ich kann den recyceln, zieht den noch ein bisschen zurecht, damit er wieder passt. So, und dann haben wir den auch. So, genau. Dann nächste Folie. Interessiert schon fertig. Wahr oder falsch? Aha. Dann fügen wir hier einfach nochmal eine neue Folie rein. Das gleiche Spiel machen wir jetzt einfach nochmal. Gehen nochmal zurück in meine Sammlung und das ist die War-Falsch-Aufgabe. Das ist die zweite da oben. Das heißt, die sehe ich mir nochmal an. Und auch da kann ich mir das dann einfach wieder rauskopieren. Zack. Und auf der nächsten zurückgehen und da einfügen. Und dann schiebe ich mir das wieder zurecht. So. Passt nicht ganz. Müssen breiter machen. So. Dann haben wir das auch. So. Jetzt sind wir ja fast fertig. Wenn ihr euch daran erinnert, als ich mir die Lösung habe anzeigen lassen, das war bei dem hier, bei der zweiten Folie, äh, bei der dritten Folie, da kam noch so ein Hinweis. Den sieht man jetzt hier nicht. Den kriegt man einfach, äh, dadurch hinzu, dass man nochmal, ich habe jetzt einen Doppelklick gemacht auf die Aufgabe. Seht ihr sie, wenn ihr H&P kennt, das ist dieses typische Formular, das hat die Aufgabe angelegt. Und hier gibt es nicht nur, äh, den Regler nochmal, die, ähm, im Hintergrund der Kraft zu ändern, also die Transparenz zu verstellen oder das als Button anzupassen, sondern es gibt hier dieses, äh, äh, das heißt Kommentare und es steht auch schon runter, die Kommentare werden angezeigt, wenn der Nutzer die Lösung für alle Folien anzeigt. und, äh, was stand da? Sowas wie keine Angst, schafft man schon. So, das heißt, den packen wir einfach dazu. Soll nicht immer angezeigt werden, sondern nur, wenn die Lösung angezeigt wird, zack, dann haben wir den da auch. So, was jetzt fehlt, ist natürlich noch hier diese Zusammenfassung da hinten rechts. Die kann ich hier offensichtlich gar nicht mit anlegen. Ich könnte jetzt hier nur, also ich könnte den Folien nach links verschieben, ich könnte es nach rechts verschieben, ich könnte sie löschen. Das passiert nämlich ganz automatisch, wenn ich das nicht ausstelle, dass ich diese Zusammenfassungsseite bekomme. Da muss man gar nichts tun. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist offensichtlich diese Navigation, die ja jemand, der das erstellt hat, gerne gehabt hätte. Und, ähm, das ist nicht so schwierig. Das Schöne ist nämlich hier, ich kann erst mal hier unten das Ganze auf und zu klappen, hier unten mit diesem kleinen Symbol. und da kann ich den einzelnen Schaubildern tatsächlich einfach einen Namen geben und wenn ich da das eintrage, was da auf der anderen Seite steht, Startseite und die ist die Definition. Ups. Und dann haben wir hier noch, na, den Lückentext und dann zu guter Letzt war oder Falschaufgabe. Dann haben wir das auch. Sind nicht alle benannt. Ja, man sieht das, die Sache hier unten und man kann das hier per Hand machen. Bin ich ja nicht, soll offensichtlich ja immer erscheinen. Jetzt passt das natürlich mit der Definition nicht so ganz, aber das ignorieren wir mal, das Optische. Hier oben steht noch mal Folien. Da kann man noch so ein paar Sachen einstellen. Das verrutscht jetzt so ein bisschen, weil das hier groß skaliert ist, aber das ist eben Folientitel anzeigen und ich hätte gerne dieses immer anzeigen und Deckkraft und so weiter. Lassen wir einfach sagen okay und speichern das Ganze und so bis auf die kleinen optischen Schlenker, die ich jetzt natürlich drin habe, sollte es genauso aussehen, wie auf der linken Seite. So, gucken wir einfach mal. So, wir haben die Navigation, die ist jetzt immer da. Das ist ein bisschen an einer anderen Stelle, aber das passt. Wir können hier weitergehen. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen verschoben, das müssen wir noch passend hinziehen. Wahrscheinlich bei den anderen auch. Wir haben hier den Lückentext. Wir haben hier eine Falschaufgabe und wir haben auch die Zusammenfassung am Ende, wo ich natürlich jetzt noch nichts getan habe. So, das ist im Prinzip das Wesentliche, was man braucht für die Kurse Präsentation. Es gibt jetzt noch so ein paar Feinheiten. Die zeige ich euch ganz kurz und ich könnte natürlich selber noch ein bisschen ausprobieren und dann später auch Fragen stellen. Ihr wisst ja, wie ihr mich kontaktieren könnt. Also gehen wir noch mal kurz in den Bearbeitungsmodus. Gehen wir einfach mal rein. So, also die kniffligen Sachen sind ja häufig immer und versteckt hinter diesen Verhaltenseinstellungen und so auch hier. So, wenn ich den noch mal ausklappe, gibt es noch so ein paar Sachen, die man einstellen kann. Also zum Beispiel, das kennt ihr, wenn ihr schon andere Episoden gesehen habt. Ich könnte zum Beispiel sagen, also ich könnte mir hier den speziellen Druckknopf anzeigen lassen. Damit kann man auch Folien ausdrucken über den Browser. Hier kann ich noch mal sagen, am Ende soll man denn das Ganze wiederholen können? Soll ich mir die Lösung anschauen können? Soll das für die Aktion in drinnen überschrieben werden? Also soll das zum Beispiel nicht möglich sein bei den Einzelaufgaben? Dann sage ich hier bitte immer ausblenden. So, und weder bei der Lüttentextaufgabe noch bei der War-Falt-Aufgabe hätte ich jetzt die Möglichkeit, die noch mal zu machen direkt oder mir die Lösung anzugucken und ich kann dir auch den Lösungskopf einfach mal ganz schwierig auch am Ende nicht anzeigen in der Zusammenfassung und am Ende darf ich es auch nicht nochmal wiederholen, dann nehme ich das auch raus. Und ich möchte vielleicht auch den Druckbutton sehen. Gucken wir erstmal schnell, wie das aussieht. Dann haben wir das. Na komm, liebes Internet. Ja, während das Internet arbeitet, kann ich ja schon erzählen, was man noch machen kann. Ich kann nochmal kurz auf der rechten Seite zeigen, was man noch mit H5P machen kann. Also war ja diese Sache mit dem, ach, jetzt kann ich natürlich auch nicht schön zurückspringen. Okay, offensichtlich hängt gerade nur einstieghafenp.de. Dann muss ich jetzt so erzählen, wie das geht. Also, was ihr hier seht, da ist einmal die Navigation weggenommen. Das kann ich euch noch zeigen. Hier ist eigentlich eine Einstellung, die heißt Active Surface Modus. Hinweis, ich weiß leider nicht genau, warum das technisch so ist. Das kann man nicht wieder rückgängig machen. Das heißt, wenn man das einmal eingestellt hat und dann speichert, dann ist das so. Aber was sie macht, wenn dieser Modus stellt unten diese Leiste weg, mit der man navigieren kann, die wird dann einfach weggenommen. So auf der linken Seite, die sieht man nicht mehr. Und dann kann man natürlich auch nicht mehr springen direkt. Man könnte es mit den Pfeiltasten machen, aber in diesem Active Surface Mode sind auch die Pfeiltasten ausgestellt. Das funktioniert dann nicht. So, jetzt sind wir da durch. Jetzt geht es trotzdem erstmal weiter. Also, das ist dann weg. Und dann muss man natürlich sich um diese Knöpfe kümmern, die müssen irgendwie rein. Dafür gibt es so ein kleines, besonderes Modul. Das zeige ich euch jetzt. Also, ihr seht schon, hier unten ist der Druckknopf und wenn das Maus wird, guckt mal durch. Also, ihr könnt jetzt zum Beispiel die Lösung nicht mehr anschauen. Das geht nicht mehr. Könnt mal, hier, zack, gehen wir hin. Keine Lösung angucken, nicht mehr wiederholen, bei den Einzelaufgaben auch nicht. Haben wir gerade reingestellt. Ganz schnell noch, wie das geht, mit diesen Knöpfen. Also, wir lassen die Navigation nochmal drin, aber wir sagen vielleicht mal, wie können wir das denn machen? Wir gehen auf die letzte Folie. Wir sagen, wir möchten hier vielleicht die Navigation nicht immer eingeblendet haben, damit wir ein bisschen Platz haben. So, weg ist sie. Und, um jetzt so einen Knopf zu erstellen, wie hier, so startet das Quiz und da steht ja offensichtlich Go to Slide 3, also springt der ja nur zu Knopf 3, könnte ich mir jetzt entweder mit so einer Shape, mit so einer Form hier erstmal einen Kasten bauen oder ich könnte mir auch ein Bild einfügen. Wir nehmen einfach mal ein Bild, damit ihr es auch mal seht, da ist jetzt zwar kein Zug geladen, das lassen wir so und Foo ist immer eine schöne Technikavariable, die lassen wir da einfach rein, schreiben wir da rein, sagen wir einfach mal, das ist fertig, dann nimmt er einfach dieses Standardbild, das wäre jetzt das Bild, das wir hochgeladen haben und wir sagen, dieses Bild soll unser Knopf sein. So, das ist unser Knopf. Ist natürlich jetzt nur ein Bild, ist noch kein Knopf, aber man kann dann hier auf dieses Ankersymbol gehen, da steht auch schon G zu Folie und wenn ich mir das hier hinziehe, dann kann ich mir überlegen, das kriegt jetzt im Internen einen Titel, damit man das wiederfindet. Ich nenne das mal Springer zur Startseite. Der taucht aber nirgendwo sonst auf, Hafen für Inhalte brauchen immer so einen Titel und ich möchte zu einer bestimmten Foliennummer springen, das ist schon gut, sonst könnte ich immer sagen, einfach nur nächste Folie, vorherige Folie, aber genauso wie es handelt, ich will ja auf die Folie 1. Unsichtbar ist einfach nur, wenn man da drüber fährt, bekommt man auch gar keinen Hinweis, dass es ein Knopf ist, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich sage mal fertig, dann ziehe ich mir das zurecht, dass das genau über, ziemlich genau da drüber liegt, so genau über dem Bild und jetzt speichere ich das nochmal und die Navigation ist zwar jetzt noch drin, aber die muss man ja nicht komplett rausnehmen, um solche Knöpfe zu bauen, aber genauso wie dieser Knopf hier auf der linken Seite einfach immer nur zur Folie 3 springt, wird jetzt gleich, sobald das Netz wieder ein bisschen verfügbar ist, dann dieser Knopf eingeschickt wird. Noch mal der Hinweis, dann es wird, das ist ein praktischer Hinweis, es wird ein bisschen aufwendig, wenn man das so macht, also man sollte sich am Anfang sehr gut überlegen, wie ist denn die Struktur von meinem ganzen Gebild? Das macht man am besten tatsächlich auf Post-its, das heißt, man macht erst mal so die Abfolge von den Folien, wo man hinspringen soll, macht die als erstes fertig und hat schon die Reihenfolge, weil man dann ja festlegen muss, Springe zu Folie 3, Springe zu Folie 10 und wenn man die nachträglich verschiebt, dann würde sich auch die Verlinkung verschieben. Deshalb ist das gut, wenn man sich das einmal vorher ausgedacht hat und danach anfängt, diese Knöpfe zu machen und den schauen wir jetzt noch schnell an, das heißt, wir gehen einfach mal auf die Folie hier, jetzt sieht man hier das Bild, das ist unser Knopf, jetzt kann ich ja drüberfahren, das ist das, weil es nicht unsichtbar ist, seht ihr jetzt, es wird so ein bisschen dunkler, das hätten wir noch ausstellen können, das ist wie bei der Karte von Frankreich, wo ihr nicht gesehen habt, dass man jetzt auf Frankreich klickt, da seht ihr Springe zur Startseite, was ich da eingegeben habe und wenn ich da draufklicke, dann springt er eben genau zur Seite 1, was ich eingegeben habe. Es gibt noch so ein paar Feinheiten bei der Kurspräsentation, aber in der Regel braucht man die tatsächlich gar nicht und von daher würde ich sagen, ich kann einfach mal meine Präsentation beenden. So, jetzt seht ihr mich wieder und ja, das war im Prinzip Kurspräsentation in Kürze, so baut man die, ist wirklich nicht kompliziert, ist ein bisschen aufwendiger, PowerPoint ist komfortabler, aber HVP dafür einfach andere Möglichkeiten. Also man kann alle Inhalte mit Metadaten versehen, wenn man das sauber gut teilen kann und gleich weiß, was wem wo gehört, muss nichts extra dran schreiben und ich kann natürlich interaktive Aufgaben einbieten, was das Ganze sehr schön macht. Das war es für heute. Es geht weiter in einer Woche dann mit dem H5B-Essay und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. H5B-Essay